Wenn dir einer sagt, oh Schatz, lass uns doch mal ins Musical gehen, im Theater des Westens, da läuft ein neues Stück, da geht es um Emanzipation der Frauen in den späten 50er Jahren und um Outing und um Trennung und so. Oh, große Idee, toll, das wollte ich schon immer mal sehen. Und dann gehst du da rein in Kudam 59 und bist vollkommen geflasht und überwältigt von dem, was Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Annette Hess da gezaubert haben. Da fehlen dir einfach die Worte. Das ist so unfassbar geil, das muss man sehen. Und am besten noch ein zweites Mal. Das ist unfassbar gut, was dort gezaubert wird. Anschauen. Bis 23. Februar läuft die Show noch, bis 2025, im Theater des Westens. Anschauen. Wirklich anschauen. Das ist unfassbarj鼓. Das ist unfassbar. Du kannst dich mal mit... Das universo lle CEO draufhauen. Das ist unfassbar. Was ist unfassbar? Vielen Dank.